Hallo Kinder, habt ihr Lust auf die Geschichte vom Bass? Okay, dann macht euch jetzt auf was gefasst. Es war einmal ein Bass auf allen Anlagen daheim. Verdrängte jeden Hass, ging in die Zellen tief hinein. Die Raver liebten ihn und die DJs nur zuhauf. Glückseligkeit verliehen, mit ihm war man wohl auf. 150 Hertz von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Selbst in der Antike stampfte man von früh bis spät. Seit tausenden von Jahren verschenkt der Bass die pure Freude. Und wenn er nicht gestorben ist, dann scheppert er noch heute. Dann scheppert er noch heute. Die Nachbarn hören mit, ob sie wollen oder nicht. Der Bass erhält dich fit, kein Ende ist in Sicht. Ob mittags oder nachts, die Baseline liefereint. Auf der Bühne kracht's, wenn der Drop endlich erscheint. Zum Frühstück gibt es Techno, Hartstyle zur Abendstund. Wir leben für Elektro, bei uns geht's richtig rund. Paruka will und er bietet Ledger One oder Bootshaus. Wir tanzen zu dem Lied und rasten richtig aus. 150 Hertz von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Selbst in der Antike stampfte man von früh bis spät. Seit tausenden von Jahren verschenkt der Bass die pure Freude. Und wenn er nicht gestorben ist, dann scheppert er noch heute. Und dann scheppert er noch heute. Und dann scheppert er noch heute. Und dann scheppert er noch heute. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.